Mal was anderes als andere und warum mit dem Ford F-MAX nicht einem Lkw vertrauen, von dem man vorher schon viel Gutes gehört hat. So ging es vor einem Jahr Jens-Uwe Eich von der Spedition Eich in Lüchow im Wendland. Das Unternehmen hat 21 Lastwagen und sich allein in den letzten Monaten für die Anschaffung von insgesamt sechs Ford F-MAX entschieden. Da Ford als Lkw-Hersteller ja hierzulande eine relativ junge Marke ist, kommt natürlich unweigerlich die Frage, was zu diesem Richtungswechsel im Fuhrpark geführt hat. Ich kenne auch andere Fabrikate, nachdem ich schon 30 Jahre selber gefahren bin. Und die Bedienung ist sehr einfach in diesem Fahrzeug. Das ganze Fahrverhalten ist gut. Der Antriebsstrang vom Fahrzeug ist sehr gut. Er nimmt so gut sehr gut Gas an. Der Spritverbrauch ist sehr, sehr gut, kann man nicht sagen. Und das ganze ringsherum, das gefällt mir an diesem Fahrzeug. Deswegen haben wir ja noch mehrere Fahrzeuge davon gekauft. Angefangen hatte alles mit einem Vorfühl-Lkw. Und den sollten die Fahrer einfach mal testen. Na ja, das Auto stand auf dem Hof und können wir mal eine Probefahrt machen. Ja, die Fahrer haben sich das Fahrzeug hinteren angeguckt, waren sehr begeistert vom Volumen her. Nachher sind sie damit losgefahren, kam irgendwann nach einer Heimstattung mal wieder. Ich wollte sie schon orten lassen. Mit einem Grinsen in den Augen. Also, das Fahrzeug fährt sich sehr gut. Die wussten gar nicht, dass Ford so ein schönes Fahrzeug herstellen kann. Es ist alles in diesem Fahrzeug drin, was der Fahrer so braucht. Die Firma Eich ist ein klassischer Allround-Spediteur, meist im Fernverkehr. Transportiert und kommissioniert wird zum Beispiel Stabstahl, wie hier in einer 63 Kubikmeter großen Kippmulde mit spezieller Zertifizierung. Platz dafür gibt es auf dem Firmenareal im Nordosten Niedersachsens reichlich. Andreas Miklosch fährt seit vielen Jahren für die Firma Eich. Und der 62-Jährige war innerhalb des Unternehmens auch der erste Lkw-Fahrer, der mit einem Vorführ-Lkw von Ford unterwegs war. Ich möchte nichts anderes mehr fahren als diesen Ford F-Mix, weil er ganz einfach meine Bedürfnisse, die ich an dieses Fahrzeug habe, erfüllt. Ob das die Sicherheit ist, ob das das ganze Platzangebot ist. Beim Ford F-Mix braucht man nicht viel machen. Man gibt die Geschwindigkeit ein, man schaltet den Abstandsregler ein und dann braucht man nur noch aufpassen. Alles andere macht das Fahrzeug selber. Ob das bergauf ist, ob das bergab geht. Ihr braucht nicht bremsen, ihr braucht keinen Retarder, das läuft alles über den Motor. Und was Schöneres kann es für uns als Lkw-Fahrer gar nicht geben. Und Fahrer Andreas ist bei der Spedition Eich nicht der einzige Kollege, der mit den neuen 500 PS Lkw von Ford sehr zufrieden ist. Tolles Auto, muss ich ehrlich sagen. Man gewöhnt sich sehr schnell an dieses Auto. Man hat eine sehr hohe Sitzposition und alles andere läuft von alleine. Der fährt sich bald wie ein Pkw. Und das macht Spaß mit dem Auto zu fahren. Es ist genügend PS da, wenn man Gas gibt. Da geht was ab. Und vom Fahren selbst liegt es sehr gut auf der Straße. Ich fahr das Auto sehr gerne. Neben der Begeisterung für den Lkw spielen aber auch kaufmännische Betrachtungen eine große Rolle. Die wirtschaftliche Lage, speziell bei kleineren und mittleren Speditionsbetrieben, ist angespannt. Und da heißt es zuverlässige und vernünftige Kalkulationsgrundlagen für den Fuhrpark zu finden, die ein Unternehmen zukunftssicher machen. Andreas Alms ist der kaufmännische Leiter in der Spedition Eich und er ist überzeugt davon, in Ford Trucks genau den richtigen Partner gefunden zu haben. Wir haben Leasingverträge über 36 Monate geschlossen mit den Fahrzeugen. Genauso lang gilt auch die Vollgarantie der Fahrzeuge, so dass man da als Unternehmen eben halt risikolos ein Fahrzeug betreiben kann. Also wir sind jetzt eben halt noch verantwortlich für die Verschleißreparaturen und den Wartungsservice. Wobei ich da noch erwähnen möchte, dass die unheimlich langen Wartungsintervalle bei Ford, 150.000 Kilometer, uns da also wirklich auch entgegenkommen. Auch Geschäftsführer Jens-Uwe Eich weiß, was sich rechnet und was nicht. Angefangen bei der betriebseigenen Waschanlage, die dafür sorgt, den erstklassigen Pflegezustand der Lkw beizubehalten. Im Alltag ist sich Jens-Uwe deshalb auch nicht zu schade dafür, sich selbst regelmäßig hinter das Lenkrad der Ford Lkw zu setzen. Oder eben wie hier, um auf die Beladung des Trucks zu warten. Zeit, die er diesmal nutzt, um uns das Innenleben des FMACs zu zeigen. Die Staubmütigkeiten bei diesem Fahrzeug schätze ich sehr. Hier hinten sind noch drei große Staufächer, also Volumen über Volumen, alles schön und gut. Das Bett, wie gesagt, ich habe da auch selber drin geschlafen, das ist wirklich so schön weich und das ist wie zu Hause. Was ich sehr schätze, ist der Kühlschrank, dieser große hier vom Volumen her. Da passen 50 Liter, über 50 Liter Volumen rein. Also ich wüsste, nicht mehr. So einen Kühlschrank habe ich gerade mal zu Hause ungefähr. Die Vorzüge des Ford FMACs haben sich längst herumgesprochen. Egal ob der Lkw irgendwo auf der Straße unterwegs ist oder in einem Gewerbegebiet auftaucht, um die nächste Ladung aufzunehmen. Er sorgt eben für Gesprächsstoff. Das ist aber auch im Transportgewerbe selbst so, wo viele Betriebe ständig nach interessanten Fuhrparklösungen suchen und gleich bei der Firma Eich anrufen. Wir waren natürlich ein bisschen Vorreiter mit dem Ford FMACs hier in der Region. Daraufhin haben mich etliche Spediteure mal angerufen, haben gesagt, Mensch, wie sieht das aus? Kannst du mir schon was sagen? Wie läuft das Auto bei euch? Sind die Fahrer damit zufrieden? Und ich konnte denen wirklich nur Positives berichten. Versuch macht klug. Die Spedition Eich hat einfach nur mal einen anderen Lkw ausprobieren wollen und dabei gleich einen neuen Flottenpartner gewonnen. Dasто war echt. Das war gesternlich. Das warg amstehe. Ganz genau so. Kapel Leih.